Hallo, hier ist Sarah Rosson von der SGS Essen. Wir sehen uns 2017 beim Weltklasse-Turnier und ich freue mich. Hi, hier ist Linda von der SGS Essen und ich hoffe, dass viele Fans uns in Jöllenbeck unterstützen kommen. Hi, I'm Katine Rai, and I'm looking forward to play the tournament again. Hallo, ich bin Rebecca Knark von Leverkusen. Ich würde mich freuen, euch alle beim Hallenturnier in Jöllenbeck wiederzusehen. Ich würde mich freuen, euch alle beim Hallenturnier von dem, wenn ich eine Körpers einst, dann sage ich dir, dass wir uns in der Lösen einfluss, wenn wir uns in der Hölle einfluss ab THOMASEN machen. Also, ich freue mich, dass wir uns in der Hölle einfluss in den Ölbeck blended